Nun ist es passiert, der Bär steht wieder vor der Tür. Und zwar mit beiden Tatzen krallt er sich mehr oder weniger fest. Er schabt schon an der Tür und fragt, darf ich rein, darf ich rein? Tatsächlich beim Nasdaq, wir sind ordentlich nach unten gegangen. Wir hatten ja schon angedeutet, dass abwärts zumindest mal die bessere Richtung zu sein scheint. Das hat sich ja offensichtlich bestätigt. Wenn man sich das mal anguckt, gibt es ja nicht viel Federlesen, was diese Bewegung eben angeht. Und jetzt wird es spannend. Was bedeutet das jetzt? Wir sind immerhin auf dieser Unterstützungsmarke angekommen. Und viele, die diese Videos regelmäßig gucken, die wissen, eine Unterstützung ist eine Chance für irgendwas, ist kein Must-Have oder keine Garantie für irgendwas. Aber viele Marktteilnehmer werden in diesem Umfeld mal schauen, ob es eine Chance gibt, dass der Kurs nach oben weggeht. Und tatsächlich sehe ich in diesem Umfeld sehr gut die Chance für all unsere Kurzfristfreunde im Chart. Wir haben eine sehr starke Abwärtsbewegung. Manch einer würde sagen, Impuls. Ja, vielleicht hier vorne eine winzige Pause. Zack, da eine winzige Pause. Aber machen wir uns nichts vor. Die Bewegung insgesamt ist sehr impulsiv, also sehr, sehr stark eben einzuschätzen. Aber es mangelt ihr an einer Korrektur. Wo geht so eine Korrektur typischerweise hin? Ganz grob gesprochen irgendwo hier so in die Mitte rein. Genauer genommen, viele von euch wissen das, wie man das macht. Ich zeichne es trotzdem nochmal hier schnell mit euch ein. Ist es höchster Punkt messen, tiefster Punkt messen? So, wenn man den so ungefähr trifft. Und dann haben wir etwas, was Fibonacci Retracement Levels angeht. Und damit eine vorrangige Zone für eine mögliche Korrektur. Ihr seht schon wahnsinnig viele Konjunktive da mit drin. Also, es ist nicht gesagt, dass das passiert. Es ist aber sehr typisch, dass Rücksetzer irgendwie in dieser Größenordnung sind. Das ist im Kleinen übrigens ebenfalls. Wenn ihr zum Beispiel sagt, den Abstieg hier vorne beispielsweise. Und dann mal messen wollt, wie geht der Kurs hoch. Naja, auch hier gilt grundsätzlich in diese Zone, so zwischen diese roten Linien. Also, das ist nichts anderes hier vorne im Kleinen gewesen. Zwischen mit einer Fortsetzung nach unten, wie das, was ich jetzt hier im Größeren gemalt habe. Und jetzt muss ich es nochmal malen, weil ich hier jetzt sonst das nicht rauslöschen kann. Also, ein Hilfsmittel ist, wenn ihr eine starke Bewegung habt, besteht die Vermutung, dass eine Gegenbewegung, eine Korrektur realistisch bis hierhin geht. So, und jetzt ist es wichtig. Ja, ich gehe davon aus, dass hier eine gewisse Unterstützungswirkung von aus geht. Ja, ich gehe davon aus, dass dieses Verhaltensmuster, was wir hier im Wesentlichen haben, eh einer Korrektur bedarf. Das heißt, wir hätten gerade zwei Fliegen mit einer Klappe. Viele sagen, mal gucken. Andere sagen sich, Mensch, nötig wäre es. Es spricht also vieles dafür, dass wir ungefähr in diese Zone reinkommen. Wer es jetzt nicht sehen kann, ich sage mal 12.000 bis 12.300 in etwa. Das ist ein bisschen gerundet. Gerne ein bisschen höher als 12.000. Aber das muss nicht notwendigerweise exakt diese Linie sein. Viele gehen davon aus, oh, guck mal, da hat er eine magische Linie hingemalt. Fibonacci, habe ich gehört, ist wichtig. Genau da dreht der Kurs. Das ist Quatsch. Die Chance, dass er an der Stelle dreht, ist nicht so klein. Aber das ist nicht groß genug, um daraufhin sein Traden 100% sicher auszurichten. So, aber die These ist folgende. Eigentlich müsste er doch ganz gerne mal eine Korrektur machen. Das heißt, zumindest hierhin laufen. Das heißt, wir haben doch für die nächsten Stunden, vielleicht sogar Tage, eine ganz gute Chance, dass es mal wieder aufwärts geht. Also für all diejenigen, die sich schon daran gewöhnt haben, dass es wohl abwärts geht, der Hinweis, Mensch, jetzt haben wir doch hier, ach ja, 5 Welle hat er gesagt, gell. Wie weit gehen eigentlich so 5 Welle nach unten anschließend? Naja, da messen wir vom tiefsten Punkt bis dahin. Und wir wissen, so ein klassischer Rücksetzer geht in dieses, ach ja, ihr seht, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob ihr im 5 Minuten Chart handelt, ob ihr im großen Bild handelt, im mittleren, eine longen Situation, also aufwärts oder eine abwärts Situation. Diese grundsätzliche Situation ist sehr, sehr häufig die gleiche. Es ist nur ein Orientierungspunkt. Es ist keine Garantie. Viele gehen immer noch davon aus, der Chart, der sagt mir, was als nächstes passiert. Was für ein Quatsch. Das sagt auch kein Chart. Also sagen einige Charttechniker, aber da solltet ihr euch da ein bisschen zurückhalten. Der Chart ist ja kein Wahrsager. Aber ihr könnt dann sehen, ob die Marktteilnehmer sich typisch verhalten. Und wenn sie sich typisch verhalten, dann sagt man ja, dann weiß ich ja, was als nächstes kommt. So, also insofern kann ich mich daran orientieren und die Orientierung wäre, dass wir wohl eine realistische Chance haben, dass der Kurs weiter nach oben geht, was ja sowieso ganz gut gepasst hat. Wir erinnern uns an die Box, die wir hier oben gemalt haben. Also vorrangig erstmal ganz gute Chancen für die Aufwärtsbewegung, solange wir stark nach oben gehen, vielleicht mal ein Wackelpäuschen runter, sowas in der Richtung ist alles safe. Und dann darf auch bei so einem Fünfweller erst nochmal eine Pause kommen und dann machen wir das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal. Also auch das geht hier ohne weiteres. Und dann sind wir wieder in der Kiste, wo wir auch letztlich landen wollen. Also Voraussetzung im Moment nicht so schlecht. Ihr wisst ungefähr, worauf ihr achten solltet. Und guckt drauf, dass wir nach oben, idealerweise Fünfweller sind immer ganz gut, überlappungsfrei ist immer ganz gut, dann eine größere Korrektur in die Zone. Ich habe es jetzt mehrmals gemalt, jetzt kriegt ihr es selber hin. Mindestvoraussetzung, das was vorne ist, hinten nochmal. Das bringt uns vielleicht in diese Ecke. Ja, aber dann hast du doch gesagt, geht es doch da ganz sicher da hoch. Nee, eben nicht ganz sicher. Hier ist ja wieder eine Widerstandsmarke. Das heißt, hier wird wieder geguckt. Wackeln wir runter, weiter long. Geht es steil nach unten, dann ist das bis dahin eine A, B, C. Und böte die Chance, sogar hier schon die Short-Richtung nochmal aufzunehmen und nochmal hier dieses Tief anzugreifen. Ihr seht, Traden ist ein permanenter Kampf. Viele sagen sich, nee, ich mache mir jetzt mal fünf Minuten, nein, eine Stunde, ich mache es ganz intensiv, die Mühe und gucke mir den Chart an und dann sage ich euch, was als nächstes passiert. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Traden ist etwas, permanent auf diese Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Und wenn ihr sagt, nur fünf Minuten kann ich nicht gucken, dann macht es halt im großen Chart, von mir aus auch im Wochenchart, wo ihr sagt, naja, wenn ich diese Bedingung eben habe, übrigens ebenfalls wieder in diese Box, diese Box habe ich hier kleiner gemalt, weil sie schon auf dieses Ziel hier aus ist. Dann die Erwartungshaltung hoch mit Trigger hier oben, wie ich es ja schon eingezeichnet habe. Dann habt ihr wenig zu tun, aber natürlich auch nicht die ganz nahen Einstiege. Was nicht gut geht, ist ganz nahen Einstieg finden und dann aber die Sicherheit aus dem Großen. Ja, das funktioniert nicht. Also, ihr müsst das immer von Ecke zu Ecke handeln und dann kommt da auch was raus. Der S&P 500, Entschuldigung, der S&P 500, der sieht ziemlich ähnlich aus, deshalb erspare ich euch jetzt das hier nochmal zu machen. Das ist vielleicht eine schöne Übung für euch. Auch hier sind wir auf dieser Unterstützung aufgesessen. Also insofern eine Chance, dass das hier vielleicht sogar hält, diese Marke. Aber wohlgemerkt, es ist bis dato eine Chance. Es ist sehr realistisch, dass nach dieser Korrektur, die wir hier gezeichnet haben, anschließend sogar die Bewegung nochmal weiter nach unten geht. Das wird entschieden, wenn wir hier sind und wir wissen, ob das korrektiv ist oder impulsiv. So wie ich es gezeichnet habe, ist es eher impulsiv, weil nicht überschneiden, fünfwellig und nicht überschneidend. Ihr seht das hier. Hätte ich das jetzt so gemalt, dann hätte ich gesagt, das ist ganz klar ein Dreiweller und der böte natürlich hier unten drunter den perfekten Short-Einstieg. Oder wenn ich das jetzt so hier zeichne, sind wir auch mehrwellig nach oben. Aber ihr seht schon, auch wieder mit Kursüberschneidung, diese Tiefs gehen immer tiefer als das, würde alles für die Abwärtsrichtung eben sprechen. Also vorläufig nach oben, vorläufig für die Long-Seite heißt jetzt nicht für immer, sondern heißt tatsächlich, wie der Name schon sagt, vorläufig. Das heißt für die nächste Zeit jetzt hier mal mit Zielrichtung hier idealerweise und das idealerweise korrektiv. Der Dow Jones ist ein bisschen abweichend, denn der hat ein wenig übertrieben. Guckt euch die Sau an, die ist noch mal eins tiefer gelaufen hier und das macht es vielleicht etwas unübersichtlicher. Denn man hat irgendwie den Eindruck, das scheint ja gar nicht zu halten und das erhöht die Sorge, dass der Markt noch nicht fertig ist mit der Abwärtsrichtung. Sprich, an dem Bild hier ändert das ehrlich gesagt gar nichts, denn auch das sieht fünffällig aus. Überlappungsfrei by the way, wenn ich die Korrektur hier vorn und da hinten angucke. Auch hier kann ich mir so eine Korrektur vorstellen, zeichnen könnt ihr selber ausprobieren. Ihr solltet ja auch Spaß haben am Chart, es ist ja jetzt nicht, dass ich euch hier alles vorkaue, sondern dass ihr selber auch ein bisschen rausfindet, wie man das macht. Fibonacci da oben, da unten, die Linien, spult notfalls das Video zurück, dann habt ihr sie ja, die 38, 20 bis 61, 8. Dann wirst ihr ungefähr, wenn das Korrektiv dahin geht, Trigger hier für die nächste Fortsetzung nach unten zu erwarten. Jetzt, wie passt denn das beim DAX rein? Beim DAX, Rüdiger, hast du doch eigentlich gar nicht so schlecht geklungen. Ja, das ist völlig richtig und ich bin nach wie vor der Meinung, das, was ich gesagt habe, ist super. Allerdings bin ich der Meinung, dass das, was ich gesagt habe, nicht mehr relevant ist. Warum ist das nicht mehr relevant? Wieso, du hast doch gesagt, der geht dahin, so weit, so schön. Ich hatte allerdings auch gesagt, wenn wir hier sind und diese Bewegung von da oben bis da unten korrektiv ist, dann sehe ich eine gute Chance, dass es anschließend weiter nach oben ist. Ich weiß nicht, ich denke, wir müssen nicht ewig diskutieren darüber, dass diese Bewegung von da nach da nicht korrektiv ist, sondern impulsiv. Das heißt, wir sind da angekommen, wo wir wollten, aber in einer impulsiven Bewegung. Das heißt, dieses Aufwärtsbild ist für mich jetzt obsolet. Der Kurs hat es versaut, wenn man so will. Auch hier gilt, letzte scharfe Bewegung ist abwärts. Höchster Punkt, tiefster Punkt. Jetzt schauen wir, was macht der Kurs auf dem Weg dahin? Geht er dahin? Und wenn ja, geht er das dreiwellig? Dann haben wir gute Chance, wenn er das triggert, dass das, was vorne passiert, da hinten nochmal passiert und wir dabei sogar dieses tief nochmal in Gefahr setzen hier. Ja, kann ja sein. Stört das? Also unabhängig von unseren vielleicht aktuellen Positionen mag das vielleicht unangenehm sein. Es wäre aber ganz normales charttechnisches Verhalten. So, das heißt, dadurch, dass das nicht korrektiv ist, ist mein vorläufiges Aufwärtsbild, was sie vor kurzem gemalt hat, aktuell im Pause-Modus. Ja, wie auch? Er ist das. Dass es runter geht, damit haben wir ja gerechnet. Das war uns klar. Das haben wir ja angekündigt, dass es da runter geht. Auch die Höhe haben wir angekündigt. Die blaue Kiste habe ich nur schon rausgelöscht eben. Allerdings habe ich gesagt, wenn es korrektiv ist, und das ist es eben nicht, dann ist die Chance gut für Long. Jetzt ist es aber blöderweise nicht korrektiv, wenn es jetzt A, B, C oder mehrfach wackelnd mit Kursüberschneidung nach oben geht, sind die Chancen extrem gut für nochmal eine Fortsetzung, wie eben beschrieben. In Anführungsstrichen so einfach kann Charttechnik sein. Ich möchte euch aber gar nicht suggerieren, dass das bedeutet, dass ihr nun immer richtig liegt, dass ihr nur noch Gewinne macht. Das wird euch wohl auch nicht gelingen, gehe ich mal davon aus. Aber es wird dafür sorgen, dass ihr deutlich weniger häufig Verluste macht, dass diese typischerweise weniger stark ausfallen und dass, wenn ihr euch positioniert, die Chance, dass ihr dann relativ kleine Verluste im Verhältnis zu relativ großen oder vielleicht sogar noch größeren, wenn ihr drin bleibt, Gewinnen macht, die ist eben enorm hoch. Ihr seht, Charttechnik hat nichts mit Wahrsagerei zu tun. Ich sehe das immer wieder. Ja, das kann doch der Chart nicht. Nee, kann er auch nicht. Ist ja auch nicht seine Aufgabe. Aber der Chart gibt mir immer ein... Ich hatte neulich einen interessanten Kommentar, da hatte jemand geschrieben, Gold macht nicht, was die Charttechnik macht, sondern Gold macht das, was an der Comex passiert. Sehr gut formuliert, aber steht ja auch gar nicht zur Diskussion. Die Charttechnik gibt ja nicht vor, was der Markt macht. Ich würde es nur anders formulieren. Die Charttechnik zeigt, was an der Comex passiert. Und Gold macht das, was an der Comex gemacht wird. Also ihr seht, wie wichtig Charttechnik sein kann. Nicht eben als Tool der Vorhersage, der Wahrsagerei, aber als Zeichen. Ah, das Bild hat sich geändert. Also sollte ich mein Verhalten entsprechend so anpassen, wie es natürlich meinem eigenen Interessen dann obliegt. Ob ich sage, in dieser kurzen Zeit will ich was handeln oder ich mache nochmal zwischenlang oder sonst... Lang vor allen Dingen. Long hier irgendwie sowas in die Richtung. Das sind alles so Hilfsmittel, die man dann einsetzen kann. So, jetzt habe ich euch viele Impulse gegeben. Nicht nur hier diesen, sondern hoffentlich auch Anregung für euer Trading. Euch liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.